Das Aska Hotel Kleopatra Beste liegt in Alanya in türkische Riviera. Das Aska Hotel Kleopatra Beste ist sehr beliebt unter den Gästen. 91% empfehlen das Hotel weiter. Das Hotel hat eine sehr gute Bewertung. Die 1421 Gäste die das Hotel bewertet haben vergeben durchschnittlich 5,1 von 6 Sonnen. Nun die Bewertungen im Detail. Lage und Umgebung. Das Hotel hat laut den Gästen die beste Lage. Sie vergeben für den ausgezeichneten Standort und den damit verbundenen Erholungsfaktor 5,7 von 6 Sonnen. Service. Ein hervorragender Service wird Ihnen in diesem Hotel geboten. Das zeigt die Bewertung von 5,5 von 6 Sonnen. Gastronomie. Eine großartige Küche bietet dieses Hotel. 5,2 Sonnen werden für die gastronomischen Leistungen der Küche vergeben. Hotel allgemein. Gäste loben den guten Zustand und die Sauberkeit des Hotels. Hierfür wurden 4,9 von 6 Sonnen vergeben. Zimmer. Dank der guten Sauberkeit, Ausstattung und Größe der Zimmer vergeben die Gäste hierfür 4,8 von 6 Sonnen. Sport und Unterhaltungsprogramme. Für das gute Sport und Unterhaltungsprogramm vergeben die Gäste 4,6 von 6 Sonnen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.